Die Seligkeit tat ihren Mund der Weisheit auf und sprach, Selig sind die Armen im Geiste, denn das Himmelreich ist ihrer. Matthäus 5, 3 Alle Engel und alle Heiligen und alles, was je geboren ward, das muss schweigen, wenn die Weisheit des Vaters spricht, denn alle Weisheit der Engel und aller Kreaturen, das ist ein reines Nichts vor der grundlosen Weisheit Gottes. Diese Weisheit hat gesprochen, dass die Armen selig seien. Nun gibt es zweierlei Armut, eine äußere Armut, und die ist gut und sehr zu loben, an dem Menschen, der sie mit Willen auf sich nimmt, aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, weil der sie selbst auf Erden gehabt hat. Von dieser Armut will ich nicht weitersprechen. Indessen es gibt noch eine andere Armut, eine innere Armut, die unter jenem Wort unseres Herrn zu verstehen ist, wenn er spricht, Selig sind die Armen im Geiste. Nun bitte ich euch, ebenso arm zu sein, auf dass ihr diese Rede versteht, denn ich sage euch bei der ewigen Wahrheit, wenn er dieser Wahrheit, von der wir nun sprechen wollen, nicht gleicht, so könnt ihr mich nicht verstehen. Etliche Leute haben mich gefragt, was denn Armut in sich selbst und was ein armer Mensch sei. Darauf wollen wir antworten. Bischof Albrecht sagt, das sei ein armer Mensch, der an allen Dingen, die Gott je erschuf, kein Genügen habe. Und das ist gut gesagt. Wir aber sagen es noch besser und nehmen Armut in einem noch höheren Verstande. Das ist ein armer Mensch, der nichts will und nichts weiß und nichts hat. Von diesen drei Punkten wollen wir sprechen und ich bitte euch um der Liebe Gottes Willen, dass ihr diese Wahrheit versteht, wenn ihr könnt. Versteht ihr sie aber nicht, so bekümmert euch deswegen nicht, denn ich will von so gearteter Wahrheit sprechen, wie sie nur wenige gute Leute verstehen werden. Zum Ersten sagen wir, dass der ein armer Mensch sei, der nichts will. Diesen Sinn verstehen manche Leute nicht richtig. Es sind jene Leute, die in Bußübung und äußerlicher Übung, was diese Leute für groß erachten, an ihrem selbstischen Ich festhalten. Erbarmst Gott, dass solche Leute so wenig von der göttlichen Wahrheit erkennen. Diese Menschen heißen heilig aufgrund des äußeren Anscheins, aber von innen sind es Esel, denn sie erfassen nicht den eigentlichen Sinn göttlicher Wahrheit. Diese Menschen sagen zwar, das sei ein armer Mensch, der nichts will, sie deuten das aber so, dass der Mensch so leben müsse, dass er seinen eigenen Willen nimmermehr in irgendetwas erfülle, dass er vielmehr danach trachten solle, den allerliebsten Willen Gottes zu erfüllen. Diese Menschen sind recht daran, denn ihre Meinung ist gut, darum wollen wir sie loben. Gott möge ihnen in seiner Barmherzigkeit das Himmelreich schenken. Ich aber sage bei der göttlichen Wahrheit, dass diese Menschen keine wirklich armen Menschen sind, noch armen Menschen ähnlich. Sie werden als groß angesehen in den Augen nur der Leute, die nichts Besseres wissen. Doch ich sage, dass sie Esel sind, die nichts von göttlicher Wahrheit verstehen. Wegen ihrer guten Absicht mögen sie das Himmelreich erlangen. Aber von der Armut, von der wir jetzt sprechen wollen, davon wissen sie nichts. Wenn einer mich nun fragte, was denn aber das sei, ein armer Mensch, der nichts will, so antworte ich darauf und sage so, solange der Mensch dies noch an sich hat, dass es sein Wille ist, den allerliebsten Willen Gottes erfüllen zu wollen, so hat ein solcher Mensch nicht die Armut, von der wir sprechen wollen. Denn dieser Mensch hat noch einen Willen, mit dem er dem Willen Gottes genügen will. Und das ist nicht die rechte Armut. Denn soll der Mensch wahrhaft Armut haben, so muss er seines geschaffenen Willens so ledig sein, wie er es war, als er noch nicht war. Denn ich sage euch bei der ewigen Wahrheit, solange ihr den Willen habt, den Willen Gottes zu erfüllen und verlangen habt nach der Ewigkeit und nach Gott, solange seid ihr nicht arm, denn nur das ist ein armer Mensch, der nichts will und nichts begehrt. Als ich noch in meiner ersten Ursache stand, da hatte ich keinen Gott und da war ich Ursache meiner selbst. Da wollte ich nichts und begehrte ich nichts, denn ich war ein lediges Sein. Da wollte ich mich selbst und wollte nichts sonst. Was ich wollte, das war ich und was ich war, das wollte ich. Und hier stand ich, Gottes und aller Dinge ledig. Als ich aber aus freiem Willens Entschluss ausging und mein geschaffenes Sein empfing, da hatte ich einen Gott, denn er die Kreaturen waren, war Gott noch nicht Gott, er war vielmehr, was er war. Als die Kreaturen aber wurden und sie ihr geschaffenes Sein empfingen, da war Gott nicht in sich selber Gott, sondern in den Kreaturen war er Gott. Nun sagen wir, dass Gott, soweit er lediglich Gott ist, nicht das höchste Ziel der Kreatur ist, denn so hohen Seinsrang hat auch die geringste Kreatur in Gott. Und wäre es so, dass eine Fliege Vernunft hätte und auf dem Wege der Vernunft den ewigen Abgrund göttlichen Seins, aus dem sie gekommen ist, zu suchen vermöchte, so würden wir sagen, dass Gott mit alledem, was er als Gott ist, nicht einmal dieser Fliege Erfüllung und Genügen zu schaffen vermöchte. Darum bitten wir Gott, dass wir Gottes ledig werden und dass wir die Wahrheit dort erfassen und ewiglich genießen, wo die obersten Engel und die Fliege und die Seele gleich sind, dort, wo ich stand und wollte, was ich war und war, was ich wollte. So denn sagen wir, soll der Mensch Armsein anwillen, so muss er so wenig wollen und begehren, wie er wollte und begehrte, als er noch nicht war. Und in dieser Weise ist der Mensch arm, der nichts will. Zum anderen ist das ein armer Mensch, der nichts weiß. Wir haben gelegentlich gesagt, dass der Mensch so leben solle, dass er weder sich selber noch der Wahrheit noch Gott lebe. Jetzt aber sagen wir es anders und wollen weitergehend sagen, der Mensch, der diese Armut haben soll, der muss so leben, dass er nicht einmal weiß, dass er weder sich selber noch der Wahrheit noch Gott lebe. Er muss vielmehr so ledig sein alles Wissens, dass er nicht wisse, noch erkenne, noch empfinde, dass Gott in ihm lebt. Mehr noch, er soll ledig sein alles Erkennens, das in ihm lebt. Denn als der Mensch noch im ewigen Wesen Gottes stand, da lebte in ihm nicht nicht ein anderes, vielmehr, was da lebte, das war er selber. So denn sagen wir, dass der Mensch so ledig sein soll seines eigenen Wissens, wie er es tat, als er noch nicht war. Und er lasse Gott wirken, was er wolle, und der Mensch stehe ledig. Alles, was je aus Gott kam, das ist eingestellt auf ein lauteres Wirken. Dass dem Menschen zu bestimmte Wirken aber ist Lieben und Erkennen. Nun ist es eine Streitfrage, worin die Seligkeit vorzüglich liege. Etliche Meister haben gesagt, sie liege im Erkennen, Etliche sagen, sie liege im Lieben. Wieder andere sagen, sie liege im Erkennen und im Lieben. Und die treffen es schon besser. Wir aber sagen, dass sie weder im Erkennen noch im Lieben liege. Es gibt vielmehr ein Etwas in der Seele, aus dem Erkennen und Lieben ausfließen. Es selbst erkennt und liebt nicht, wie es die Kräfte der Seele tun. Wer dieses Etwas kennenlernt, der erkennt, worin die Seligkeit liegt. Dies hat weder vor noch nach und es wartet auf nichts Hinzukommendes, denn es kann weder gewinnen noch verlieren. Deshalb ist es auch des Wissens darum, dass Gott in ihm wirke, beraubt. Es ist vielmehr selbst dasselbe, das sich selbst genießt in der Weise, wie Gott es tut. So quitt und ledig also, sagen wir, soll der Mensch stehen, dass er nicht wisse noch erkenne, dass Gott in ihm wirke und so kann der Mensch Armut besitzen. Die Meister sagen, Gott sei ein Sein und ein vernünftiges Sein und erkenne alle Dinge. Wir aber sagen, Gott ist weder Sein noch Vernünftig noch erkennt er dies oder das. Darum ist Gott ledig aller Dinge und eben darum ist er alle Dinge. Wer nun arm im Geiste sein soll, der muss arm sein an allem eigenen Wissen, so dass er von nichts weiß, weder von Gott noch von Kreatur noch von sich selbst. Darum ist es nötig, dass der Mensch danach begehre, von den Werken Gottes nichts wissen noch erkennen zu können. In dieser Weise vermag der Mensch arm zu sein an eigenem Wissen. zum dritten ist das ein armer Mensch, der nichts hat. Viele Menschen haben gesagt, das sei Vollkommenheit, dass man nichts an materiellen Dingen der Erde mehr besitze und das ist wohl wahr in dem Sinne, wenn es einer mit Vorsatz so hält. Aber dies ist nicht der Sinn, den ich meine. Ich habe vorhin gesagt, das sei ein armer Mensch, der nicht einmal den Willen Gottes erfüllen will, der vielmehr so lebe, dass er seines eigenen Willens und des Willens Gottes so ledig sei, wie es war, als er noch nicht war. Von dieser Armut sagen wir, dass sie die höchste Armut ist. Zum Zweiten haben wir gesagt, das sei ein armer Mensch, der selbst vom Wirken Gottes in sich nichts weiß. Wenn einer des Wissens und Erkennens so ledig steht, so ist das die reinste Armut. Die dritte Armut, aber von der ich nun reden will, die ist die äußerste Armut, es ist die, dass der Mensch nichts hat. Nun gebt hier genau 8, ich habe es schon oft gesagt und große Meister sagen es auch, der Mensch solle aller Dinge und aller Werke, innerer wie äußerer, so ledig sein, dass er eine eigene Stätte Gottes sein könne, darin Gott zu wirken vermöge. jetzt jetzt aber sagen wir anders, ist es so, dass der Mensch ledig steht aller Kreaturen und Gottes und seiner selbst, steht es aber noch so mit ihm, dass Gott in ihm eine Stätte zum Wirken findet, so sagen wir, solange es das noch in dem Menschen gibt, ist der Mensch noch nicht arm in der äußersten Armut. Denn Gott strebt für sein Wirken nicht danach, dass der Mensch eine Stätte in sich habe, darin Gott wirken könne, sondern das nur ist Armut im Geiste, wenn der Mensch so ledig Gottes und aller seiner Werke steht, dass Gott dafern er in der Seele wirken wolle, selbst die Stätte sei, darin er wirken will. Und dies tut er gewiss gern. Denn findet Gott den wirkt Gott sein eigenes Werk und der Mensch erleidet Gott so in sich und Gott ist eine eigene Stätte seiner Werke angesichts der Tatsache, dass Gott einer ist, der in sich selbst wirkt. All hier in dieser Armut erlangt der Mensch das ewige Sein, dass er gewesen ist und dass er jetzt ist und dass er ewig bleiben wird. Er hat und er und er hat er er Untertitelung des ZDF, 2020